So, wir kommen irgendwo von oben rein. Wenn wir da hin, dann müssen wir jetzt raus. Eins, zwei, drei. Warte, hallo? Ich komme nicht raus. Ich auch nicht. Ich wollte gerade sagen, ich drücke auch F wie ein Bescheuerter. Ich komme nicht raus. Aber ich weiß nicht, ob uns da nicht verdammt viele folgen werden. Also, einen habe ich schon links neben mir. Eine, zwei sind links neben mir. Alt drücken. Einer ist vor mir. Also, dann landen wir noch direkt rein. Versuch, möglichen dann in der Nähe zu landen. Also, einer ist rechts neben uns. Ja, ja, ja. Wir sollten ja mal landen. Das landen oder... Geht zu den kleinen Häusern hier. Äh, sonst überlegen wir das. Wir sind ein paar. Nur schnell nötigsten Loot holen und dann abhauen. Ja, wenn der nötigste Loot zumindest irgendeine verkackte, verdammte Waffe den halten würde. Ah, jetzt nicht. Oh, das ging schnell. Ja. Ja. Fahrer mit Munition. Komm, komm. Hatt ich echt wahnsinniges Glück gerade, dass genau im Hauseingang eine Dings lag. Ne, Skl. Ach, das ist meine Kurve mit den Hochkampen hier. Ja, wie das ist. Hochkanate. Also, quasi. und dann müssen wir uns auch schon wieder wahrscheinlich wieder um auto kümmern ja ich habe die tür gehört das kann man nicht ganz verteidigen das kann ich hier oben nach das soll man nicht machen hier war auch gerade müll polizeiwester ist ja schon ein traum und ich habe gerade nachricht gekriegt von steam toll hat er eingestellt nein also im steam das meinte ich also eine message eine pn akm sehr gut neben ein die genau ich werfe eine mikro und sie weg um so sehe ich aus du bist das ne ja ich habe viele türen aufgemacht welche jetzt genau kann ich dir nicht sagen ja 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 das ist nicht das braucht keine art mehr Ja, ich habe auch eine Schrotflücke und eine Pistole. Fack, müssen wir weit weg, ey. Kommst du mit raus? Ja, komm mit uns. Ja, komm mit uns. Unterwegs zum Auto suchen, können wir noch mal die kleineren Häuser hier unter die Lupe nehmen. Da ist manchmal auch noch ganz gutes Zeug drin. Manchmal. Ich wollte gerade schon auf dich schießen, ey. Wäre mir viel gefehlt. Soweit weg? Kommt von den anderen großen, etwas größeren Häusern. Ich weiß noch nicht, ob die Schüsse uns galten. Schalldämpfer oder Waffe kann ja nicht schaden. Ja, manchmal wenn man auf sich aufmerksam machen möchte. Oder nicht auf sich aufmerksam machen möchte. Ich kann ja nicht... Ich kann ja nicht schaden. so jetzt müssen wir gas geben so natürlich bist du wieder weitergelaufen ja ich sage wir müssen gas geben ich weiß eventuell wurden dacia steht mit glück wenn dann fahr ich zurück hol dich und dann fahren wir hier raus ich habe ja das problem ich kann mich alleine nicht ganz verteidigen ach du hast genauso ein glück manchmal wie ich mit meinem lud man findet einfach mal gar nichts ich habe jetzt eine akm und findest du was immerhin das steht echt nicht das steht nicht da kacke zum katzen sowas ja aber es ist noch so fucking weit hier steht das knaller ich habe ein auto gefunden ja irgendwoher schütze da siehst du da steht auch noch ein buggy aber wir nehmen die dacia weil wir kein status symbol brauchen ja ich habe auch eine stoffe 2 weil ich finde wie du mich anguckst ich habe es gar nicht so schnell ich habe es gar nicht so schnell Ja, ich glaube wir fahren wieder nach einer Außen-Druck gekommen, oder wir fahren ein ganzes Stück weiter gleich, damit wir nicht in so einen Nachteil kommen, quasi. Wir hinfahren, brauchen wir keinen Straß. Zögerlich zu 2. Kann das Ding auch liegen? Bestimmt. Ich will das aber gar nicht demonstrieren. Alter, wenn das. Ja, bei der Schule noch was los. Hockt noch jemand auf dem Dach, ne? Ja, ne, aber da war gerade ein Schussgesang. Ja? Na ja, oben auf dem Dach steht, Alter. Echt? Ja, Stand, jetzt liegt da was gleich. Oh, hallo, oh, ein Mensch. Das war so, ich bin der Habe. Das war auch ein netter Ausfluss für ins Grüne. Ich habe gestern nur Runde, ne, vorgestern nur Runde alleine gespielt, hatte ich eine Roadkill mit dem Motorrad. Herrlich. Ich habe ihn gesehen, der legt sich hin, ich überrolle ihn mit dem Motorrad. Er ist noch nicht gelootet. Da können wir doch mal eben noch ein bisschen ausnutzen. Ich sehe gerne mit der Pumpebahn. So. Oder mit der AK, aber voll. Hier ist noch ein Energy. Hier ist noch ein Energy. AKM-Munizierung. Hier ist noch ein Großpunkt. Hier ist noch ein Großpunkt. Hier ist noch ein Großpunkt. Die sind ein Großpunkt. Ich habe die Raum für den Motorrad. Ich habe die Raum für den Motorrad, wie ich noch mal so veranstaltert. wir fahren noch ein stück wir fahren zu den nächsten dahin zu blau ja aber halt mal hier oben schon lassen wir doch lieber laufen weil ich das das ist glaube ich was so war das sind das ist so eine lagerhalle da springen auch mal gerne welche ab also viele das nämlich manchmal sehr sehr viel gut manchmal nicht immer der rucksack 1 schütze wo mich pfeifen sie rum um dich ja ich weiß aber nicht von wo jetzt auch jetzt höre ich was da von hinten oder von vorne da der selbst jetzt noch die tür trifft schränkt sich das ein wenig ein er muss irgendwo in richtung süden hoppen jetzt wurde ich getroffen verdammt siehst du doch dass ich nicht liege ziehe doch oben in ecke fliege gewinnt davon so verdammt ich habe den nicht gesehen ich auch nicht aber kann nur süden sein er hat mir löcke in die tür geschossen als sie nach innen offenbar da gibt es nicht viel mehr zu selten naja das stimmt da ist irgendwo zwischen südosten und ja ein bisschen noch südwesten vielleicht ich versuche nur zu den häusern zu laufen ja aber trifft nicht ja ich mache dir gerade nach da brauche ich ein bisschen zickzack mhm au wow er hat getroffen oh ok ak munition ich habe keine ahnung von wo die geschossen haben ich weiß nur dass sie jetzt mich am fenster gesehen haben aber ich weiß nicht von wo verdammte scheiße das war ich jetzt ich bin im haus mhm ach da oben an der bergspitze absehen ja ne aber ich sieh sie ja aber welche richtung problem ist dass ich kein visier habe welche richtung ähm genau süden genau süden wenn ich jetzt bei mir stehe es hier zwischen die baume durch ich oh ja das was aussieht wie ein busch das problem ist ich habe gar nichts ich habe leider kein visier was weit genug reicht ja das bringt nichts gegen die zu kämpfen lass uns klammern heimlich hier auf der rückseite verschwinden und hoffen dass wir eventuell noch irgendwo auch militärweste 3 richtig gut ja klatschen wir los haben sie mit sicherheit die wollen uns ja auch holen quasi das ist eine s12 das ist recht sinnlos geiles visier wäre jetzt noch richtig schön das ist was mit der lagerhalle unten ich weiß nicht ob das takt ob das taktisch klug ist aber da ist da hinten halt ne aber wenn die jetzt nicht wie die blöden auf uns zugerannt sind na komm lass mal ja ja Das ist eine Partie, das weiß ich mir noch ein bisschen. Ich habe ja gehofft, dass ich hier irgendwo noch ein Visier finde, wenn ich das... Ein Zweiersucher, naja, oh Gott. Rotpunkt kannst du ja haben. Ja, ich habe ja Rotpunkte, aber ich will was aus der Entfernung. Ich will ja auf die schießen und nicht auf die raten. Willst du meinen Dreier haben? Nein, Zweier habe ich ja gerade gefunden. Aber ein Zweier ist genauso gut wie ein Rotpunkt. Ich habe gehofft, dass hier noch irgendwo ein Zweier oder ein Vierer liegt. Aber leider nein. Das bin echt der Außenste Auto, deswegen habe ich da geschossen. Das ist noch ein. Nein, das wissen wir nicht. Ach, verdammt. Hm. ich weiß ich weiß noch nicht von wo links und rechts mit dem motorrad rechts vorbei das kann gut sein ich nutze mal einen tollen grafikpack nicht so viel nicht so viel rumlaufen wegen geräusche und so das ist alles bei dem kleinen häuschen doch er wird sich die zonen zu vertreiben ich hab mich nicht in die Lüge bitte? ich hab mich in die Lüge nicht ach ok oh scheiße, wir sind immer noch in der Halle in der Zone du könntest die theoretisch auf die andere Plattform hinbegehen welche welche da, Süd-In, der Plattform ist da bleibt auch gut bleibt hier oben hinbehalt die westlichen Eingänge im Auge ich mein es jetzt so, dass wir so hier ja, aber drüben ist keine Plattform ah ok, ja komm ist egal ist doch egal egal ist doch egal ich sehen 8 10 10 15 die fahren hinter die jetzt quasi vorbei der kreis die halle hier der ist eben schon bei dir lang gefahren ja der umkreist die halle so nach und nach wird das passieren du hast die eingänge da im auge hat er erst ks so eine scheiße ein sniper der sks ist gar kein sniper oder ich höre was 7 alter schwede einer steht hier direkt hinter der mauer oder wird auf dich geschossen im westen sind zwei da schieße ich jetzt aber mit absicht nicht drauf weil ich den nicht auch wenn wir aber hinter der mauer werden hier welche sein du musst übrigens voraussetzungen scheiße ich liegt der ist unten da wo ich krieg an der treppe ich bin trauen von der anderen seite die kommen von beiden seiten also quasi unter dir von beiden seiten hast du irgendwas an zeug was du nehmen kannst schmerzmittel energy irgendwas da musst du nicht du kannst du mit 7 8 und 9 das nehmen muss eigentlich musst du nur zur anderen seite kriechen ja hinter dir hinter shit naja gut aber war nicht ganz so eine schlechte runde finde ich nö das hat gepasst war ganz gut habe niemanden umgebracht den rotzendüchter so 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 Vielen Dank.